Hallo Leute! Willkommen bei diesem LS19 Video. In diesem Video will ich herausfinden, ob man inzwischen Silage weitgehend vollautomatisch herstellen kann. Ich lasse den hier jetzt mal arbeiten. So. Und dann, während der sich abmüht, der Helfer... Da fahre ich erst ein paar Meter, damit der Helfer weiß, was er tun soll. Okay, und jetzt. Ja, während der sich abmüht, erkläre ich euch, worum es hier geht. Wie ihr vielleicht wisst, mache ich gerne Silage, weil ich das für eine sehr lukrative Feldfrucht halte. Man hat große Erträge und das wird pro Aufwand und Feld relativ gut bezahlt. Okay. Der Nachteil beim Silagemachen, beim normalen Silagemachen, ist, dass es immer mit Handarbeit verbunden ist, die der Helfer nicht übernehmen kann. Also das Übliche wäre, dass man einen... Also, wenn man jetzt nicht alles selber machen will, sondern wenn man möglichst viel Arbeit von Helfern machen lassen will. Darum geht es im Prinzip in diesem Video und bei dieser Untersuchung. Und also das Normale wäre, dass man einen Helfer mähen lässt und dann fährt ein Helfer nochmal drüber und schwadet das Ganze. Und dann darf man selber mit dem Ladewagen oder einer Ballenpresse hingehen und diesen Schwad abfahren und das Gras dann letztlich ernten und es dann... Ja, zum Silagemachen, Fertigmachen, entweder in einem Fahrsilo, was noch mehr Arbeit macht, oder in einem Fermenter-Hochsilo, was deutlich weniger Arbeit macht. Oder wenn man halt Silageballen gepresst hat, dann hat man schon Silage, die man dann nur noch einsammeln muss. Aber man hat halt beim Ballenpressen viel Arbeit. Und ich habe mir schon vor einer Weile eine Methode ausgedacht, wo der Helfer zumindest einen Teil der Arbeit vollautomatisch machen kann. Also zumindest, sagen wir, vom Grasmähen bis zum Gras in irgendeinem Behälter. Und zwar mache ich das ja gerne so. Da habe ich hier... So, ich werfe den auch mal an. Nein, ausklappen, anwerfen. So. Damit ihr seht, was ich meine, wenn ihr das nicht kennt. Also das mache ich jetzt hier selber. Da wird dann in einem Arbeitsgang gemäht und das Gras kommt in dem Ladewagen an. Und wenn man das auf einem Grasfeld macht, ich bin jetzt gerade neben einem Feld, aber auf einem Grasfeld kann das auch ein Helfer machen. Der mäht und lädt ein, dann so lange, bis der Ladewagen voll ist. Aber wenn der Ladewagen voll ist, merkt er das nicht. Dann mäht der einfach weiter und weiter. Und wenn man nicht rechtzeitig genug geschaut hat, dann hat man am Ende einen Haufen frisch gemähtes Gras, das da rumliegt und dann doch von Hand eingesammelt werden muss. Also selber, ohne Helfer meine ich, mit von Hand. Und ja, das habe ich eine ganze Weile praktiziert in der Mercury Farm. Aber ich habe festgestellt, dass wenn man noch viele andere Felder hat, dann ist das nicht sehr praktikabel. Weil ich nämlich meistens nicht mitkriege, wenn der Ladewagen voll ist. Ich gucke einfach nicht oft genug nach. Da habe ich jetzt ziemlich entnervt diese Methode aufgegeben und wollte sie durch was anderes ersetzen. Zum Beispiel traditionelles Breitmähen, Schwadern und dann drüberfahren. Jetzt gehen wir hier mal wieder zu dem. Gucken ihm bei der Arbeit zu. Ja, und jetzt ist dieses Querneland-Pack rausgekommen mit dem Fast-Bailer. Und der ändert die Situation ganz drastisch. Denn dieser Fast-Bailer macht gewickelte Silageballen, ohne dass man anhalten muss. Er legt die auch automatisch ab, wenn man das will. Sieht man hier ja, der fährt und fährt hier jetzt schon die ganze Zeit. Super brav. Und produziert einen Ballen nach dem anderen. Und die muss ich dann nur noch einsammeln und kann sie gleich verkaufen. Wenn ich sie verkaufen will. Ja, das hat mich interessiert, ob das in der Praxis funktioniert. Denn in der Theorie finde ich die Idee schon mal ganz prima. Und die Frage ist halt, funktioniert es auch in der Praxis? Wie man hier sieht, funktioniert es bisher sehr gut. Ich hatte das auch schon getestet auf einem anderen Feld. Das war steiler. Und da hat das nicht so gut funktioniert. Da sind die Ballen nämlich immer so rumgerollt, dass die im Weg standen. Und der Helfer merkt das nicht. Also der kann den Ballen nicht ausweichen. Und dann ist der ständig an den Ballen hängen geblieben. Und dann dachte ich mir, okay, das ist ein sehr steiles Feld. Probieren wir das mal auf dem Feld aus, das nicht so steil ist. Und habe extra dieses Feld hier angemäht. Und jetzt gucken wir hier. Schafft er es, ohne dass man ständig eingreifen muss, oder schafft er es nicht? Bisher läuft es perfekt. Und ich habe da neben auch schon einen Ballenwagen parat gelegt. Wenn man mit diesem Ballenwagen dann immer ordentlich hinterher sammelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch gering, dass er sich da fest frisst. Bisher bleiben die alle schön liegen. Die Ballen. Und er stolpert über keinen der Ballen. Ja, wenn das weiter so läuft, dann würde ich zumindest sagen, auf einigen Feldern kann man damit perfekt Silage produzieren. Macht alles der Helfer hier. Ich sitze hier nur ganz faul und quatsche. Ja, ich werde jetzt mal hier ein paar von den Ballen einsammeln. Und dann lasse ich den einfach mal weiterlaufen. Und dann sehen wir, ob er das ganze Feld ohne Eingreifen schafft, oder ob er sich doch da, wo es steiler ist, irgendwie auf Ballen drauf setzt. Aber diese hier sammle ich schon mal ein. So, das muss man natürlich sowieso machen. Das ist klar. Da habe ich jetzt noch keinen automatisierten Weg für gefunden. Für das Einsammeln der Ballen. Aber mit diesem Ballenwagen von dem Anderson-Pack, da geht das ganz hervorragend. Dieses Anderson-Pack habe ich mir ja extra wegen dieses Ballenwagens gekauft, der 24 Rundballen verkraftet. Und das ist schon ein tolles Gerät. Und ebenso finde ich diesen Fast-Bailer ein sehr arbeitserleichterndes Gerät. Also so oder so. Auch wenn er das jetzt hier nicht durchgehend schafft, ist er auch zum selber Ballen abfahren, also Ballen pressen, sowieso schon toll. Weil man nicht ständig anhalten muss. Aber es sieht jetzt auch gut aus für den Betrieb mit Helfer. Und dieses Ballen einsammeln, das finde ich immer relativ schnell. Das empfinde ich nicht als große Last. So, fahren wir den mal wieder an den Rand. Und dann lasse ich den einfach mal weiterarbeiten. Und entweder, wenn er sich festfrisst, hier unser Ballenproduzent, oder wenn er fertig ist, melde ich mich wieder. Jetzt wird es spannend. Ja, ja, jetzt. Vielleicht schafft er es noch. Also problematisch ist es, wenn er so einen Ballen am Ende einer der Strecke ablegt. Weil dann klappt das manchmal mit den Wänden nicht. Jetzt gucken wir mal, ob er sich noch irgendwie selber befreien kann. Es sieht aber nicht gut aus. So. Na? Gar nicht schlecht. Dann hätte er aber mehr Glück als Verstand, wenn er das noch schafft. Ah ja, er hat die Arbeit erfolgreich beendet. Ja, sehr gut. Sehr gut, mein Lieber. Sitzt mittendrauf. Er war schon besser dran. Also das ist das Problem, was entstehen kann beim vollautomatischen Ballenpressen. So, ich versuche mal ihn da wieder runterzukriegen. Auf dem anderen Hang ist mir das jedes Mal gelungen. Ich meine, der Vorteil ist, wenn der sich da so festkämpft, dann mäht er nicht endlos viel weiter, ohne es einzusammeln, sondern dann hängt er halt einfach fest. Jetzt geht's wieder los. Aber ansonsten bin ich bisher eigentlich recht zufrieden, wie er das hier geschafft hat. Ich sammle vielleicht... Obwohl, nee, die lasse ich ruhig da mal liegen. Mal gucken, ob er da beim nächsten Wenden jetzt wieder Probleme hat bei denen. Ich meine, immerhin hat er schon fast das halbe Feld geschafft, ohne Probleme. Gut, ich lasse ihn jetzt einfach mal weitermachen. So, der Helfer ist jetzt fertig mit dem Feld. Was er hier jetzt noch für eine merkwürdige Ehrenrunde fährt, weiß ich nicht. Weil er ist eigentlich fertig, aber nun gut. Er hat das insgesamt ganz brav geschafft, würde ich sagen. Jetzt entlassen wir ihn mal. So, einmal musste ich noch eingreifen. Und für meinen persönlichen Geschmack ist es akzeptabel, bei diesem Feld zweimal eingreifen zu müssen. Man kriegt dann ja auch eine Warnmeldung, dass er blockiert wird und kann dann dahin springen und ihm dann wieder von dem Ballen runterhelfen. Und ich denke mal, ich werde das in meinen Let's Plays zumindest teilweise so ausprobieren, ob sich das in der Praxis bewährt oder doch zu nervig ist. Aber so als Fazit würde ich sagen, vollautomatisches Silage machen, geht nur eingeschränkt. Nicht zuverlässig, sodass man sich einfach darauf verlassen kann, dass der einmal anfängt und am Schluss dann alles in Ballen verwandelt hat. Sondern man muss eventuell eingreifen. Ist also keine perfekte Technik. Gut, das war's mit diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurer Landwirtschaft und einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!